Sie regte sich auf und sah ihn fest an. Sie glauben wirklich, dass Sie niemals sterben werden? Selbst wenn ich sterben will, sagte er, kann ich es einfach nicht. Könnten Sie mir nicht einen Beweis geben? Das kann ich. Er ging an das Waschbecken und als er wiederkam, hielt er sein Rasiermesser in der Hand. Haben Sie keine Angst, sagte er. Bevor sie eine Bewegung machen konnte, stürzte ein Strom von Blut aus Foskars Kehle hervor. Foska! schrie sie auf. Er hatte geschwankt, jetzt lag er auf dem Bett mit geschlossenen Augen, wie ein Toter so bleich und das Blut ran ihm aus der offenen Wunde am Hals. Sie rief ihn, Foska! Foska! Er schluck die Augen halb auf. Dann atmete er tief ein. Haben Sie keine Angst? Das ist doch nicht möglich. Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen und fing zu weinen an. Regine, rief er. Glauben Sie mir jetzt? Ich glaube Ihnen. Hallo und herzlich willkommen heute in Frankreich in Lys Literatursalon. Das Buch, aus dem wir diesen Dialog jetzt gehört haben, das Buch ist von Simone de Beauvoir. Alle Menschen sind sterblich. Alle Menschen sind sterblich, nur unser Foska ist unsterblich. Simone de Beauvoir, eine Feministin, Philosophin, Autorin, Lebensgefährtin auf Augenhöhe. Wunderbarerweise, man spricht von Sartre und denkt Simone de Beauvoir automatisch mit. Ein wunderbares Paar, könnte man sagen. Ich denke, dem Klassiker, das andere Geschlecht, hat nicht nur die Frauenbewegung oder die Frauen sehr viel zu verdanken. Ich glaube, dieses wunderbare Buch ist für Männer und Frauen gleichermaßen ein Meilenstein. Ich möchte euch allerdings heute diesen Roman präsentieren, in dem es um nichts Geringeres geht, als um die Unsterblichkeit und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Dieser Roman ist unmittelbar nach dem Krieg 1946 erschienen. Also das wirft Nonna direkt nach dem Krieg existenzielle Fragen auf. Worum geht es? Regine, eine 28-Jährige, Regine oder Regine, französisch, ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus. 28-jährige exaltierte Schauspielerin trifft auf den Fakir, so wie sie ihn nennt. Fakir, denn sie beobachtet, dass er nicht isst und offensichtlich auch nicht viel schläft. Sein wahrer Name ist Raymond Fosca. Die beiden verlieben sich ineinander und wir Leser folgen unserem Fosca zurück ins 13. Jahrhundert, nach Italien, nach Carmona, wo er 1279 geboren wird. Und à la longue, zum Stadtregenten aufsteigt. Er muss aus politischer Ranküne oder aus politischer Gegebenheit die Stadt vor den Belagerern, vor den Genuesern beschützen. Und diese Staatsräson zwillt ihn dazu, alles zu opfern, was es gibt. Frauen, Kinder, die letzten Lebenden. Als die Stadt Carmona ihn loswerden möchte, den Tyrannen loswerden möchte, weil er zu viel Leid und Elend über die Stadt gebracht hat, ahnt er das bereits und er nimmt ein seltsames Elixier an, das ihm ein Bettler anbietet. Als also wirklich ein Attentat auf ihn unternommen wird, überlebt er, er stirbt nicht, das Schicksal nimmt seinen Lauf. Und wir gehen mit unserem Helden Fosca durch den Lauf der Zeiten, durch Ozeane an Zeit. Und das, was ursprünglich ein wunderbares Ziel auch war, nämlich die Unsterblichkeit entwickelt sich immer mehr auch zu einem Fluch. Besonders gut können wir das erkennen, dann schon im Fortgeschrittenen, wir sind im 18. Jahrhundert, als Fosca auf Marianne trifft, Marianne die Liebe seines Lebens, könnte man sagen, wenn das Leben nicht schon 800 Jahre dauern würde, 20. Jahrhundert. Und diese Marianne zerbricht, denn sie hat ihm ihr Leben geschenkt und als sie verstehen muss, dass er unsterblich ist, hat sie sein Leben, war kein Geschenk an sie, sondern es war nur eine Leihgabe. Daran wird sie zerbrechen, sie stirbt und wir sehen in unserem Helden seine unglaubliche Einsamkeit, denn als er auch sterben möchte, jetzt wirklich schon lebensgesättigt nach 300, 400 Jahren, kann er es nicht und die Unsterblichkeit wird tatsächlich zum Fluch. Dieses Buch stellt eben anhand dieser Fiktion die Frage nach dem Sinn des Lebens. Es zeigt eben sehr prägnant den Sinn des Lebens vor dem Hintergrund des Todes. Wie weit kann ein Leben Sinn haben, wenn es ewig dauert? Das Buch stellt also eminent philosophische Fragen, aber jetzt nicht in einem philosophischen Jargon, sondern eingebettet in wunderbare Erzählungen. Es ist auch ein höchst politisches Buch, denn wir bewegen uns immer wieder auch in den gesellschaftlichen Schichten der politischen Führungskräfte. Wir sehen ein stetes Aufbauen, ein ewiges Zerstören. Die Frage nach Ethik und Moral taucht hier überall auf und eine der wichtigsten Fragen ist, wie viel Einsamkeit kann ein Mensch ertragen? Eine weitere Frage natürlich, wie weit ist Selbstverwirklichung möglich, ohne die Begrenzung des Todes? Antworten, Ansätze, Argumente zu diesen Fragen, meine Lieben, könnt ihr selbst nachlesen in diesem wunderbaren Buch. Simone de Beauvoir, Alle Menschen sind sterblich. Ich lege es euch ans Herz, wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittagabend und bis bald in Lies Literatursalon. Tschüss. Vielen Dank.